So, herzlich willkommen zurück, Freunde der gepflegten Lego-Unterhaltung. Tobias sitzt immer noch hier, weil ich ihn bei Trockenbrot und Wasser pflege. Ja. Er muss ja immer eine Woche hierbleiben, bevor der nächste Teil kommt. Stimmt. Das funktioniert nicht anders. Wir bauen Helle Ringe und zwar Angriff auf der Wetterspitze. Überfall. Überfall, Angriff, whatever. Wetterspitze. Also das war jetzt nicht so. So, und zwar vierte und letzte Tüte. Und ich würde sagen, viel kleiner, weil mir bleibt nichts drin. Muss man aufpassen? Ja, soll man aufpassen. Jetzt ist alles raus. Recycling! Die gute Kamera so singt. Passt. Jetzt sollten wir mal einfüllen. Ja. So, du brauchst das Männchen zusammen, dann brauch ich das Ding mal eben zusammen. Ja, ähm, Melio und Pipin. 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 Gipin. Ne, das ist Folo und Pipin. So. Wie kannst du die nur verwechseln? Ja, keine Ahnung. Wie kannst du das mal? Hm? 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 Bitte? Weiß ich auch nicht. Achso. Ein eingefleischter Eier der Ringe fällt. Ist das normal, dass hier eine Lücke bleibt, sag mal? Achso. Oh, du siehst ja gar nicht. Ja. Ja? Gut. Dann mach ich nichts. Dann hab ich nichts gesagt. Und zwar nur von deinen Ohren hören. Von deinen Ohren hören. Es ist soweit, Freunde. Schick mich ins Ohrenhaus, ich wills von deinen Ohren hören. Ja. War was anderes. Ja. Kann auch nicht jeder mit den Ohren hören. Äh, sprechen. Sprechen. Muss man hier umdrehen jetzt. So. Was zum Teufel. Jetzt brauch ich die Seite wieder, ne? Ja, Tobias ist vorleisig am Figürchen bauen, damit ich mal gucken, dass ich hier so ein bisschen vorankomme. Ja. Obwohl hat der auch seinen Ring wieder, ne? Damit er auch... Naja, seinen Ring. Ja. Wem gehören die denn eigentlich den Elben, oder nicht? Ja. Und die wirklich. Denn der eine Ring gehört ja eigentlich Sauron. Äh, Sauron. Ja. Da ist ja kein Wunder, dass der durchdreht im Film. Das muss man nicht mehr auch mal lassen. Alle bestellen sich nur. Was ist das für ein Arschloch? Ja, wenn das dann eingetogen wird, ist doch alles gut. Ja. Was denn? Nein. Muss man mal so sehen. Beschreib mal ein Buch. Die Philosophie aus Hellerin, ja, das kommt da mit rein. Das spielt alles mit ner Rolle. Warum Sauron so böse Rolle? Wenn man ihn bestohlen hat. So einfach ist er. Der wollte ja auch alle unterwerfen. Ja, Och Gott. Wer widert nicht? Ich meine, guck dir die Politik heute an. Die beklauen uns ja auch alle mit Steuern und so. Hm. Ja. Ja. Wenn wir uns auf alle gefreien lassen, ist doch halt so, ne? Da gibt's so einen schönen Kurzfilm. Der schwarze Punkt oder so heißt der, glaube ich. Da geht's auch um dieses Thema. Was? Ja, Assert. Hm. Meckern? Nee, ich wollte, aber... Ähm. Schöner Hula Kula. Ich wollte schon loslegen, aber... Mhm. Einmal atmen und... Ah. Nein. Dann doch nicht. Nee, warte, der kommt ja. Mhm. Mhm. Ähm. Dum 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 dum. Ja, das sind jetzt, ähm, ja. Die Feinheiten. Die Feinheiten. Die Feinheiten. Genau. Das ist per Volt der Lingeunterhaltung. Ja. So kann man das sehen. Ähm. Ach, das ist ja. Da kommt so ein Milchen drauf. Ja, keine Zahn. Bitte schön. Ein Milchen. Mhm. Wasserspeier. Ich weiß nicht, wie man's nennen soll. Ja, aber ey, warum ist das... Der ist watsch. Ernsthaft? Wow. Ja, weil... Das muss aber in einer kleinen Höhe sein. Ja. Ja. Next. Schon? Zweimal. Ach so. Nur beim Wegen Next. Aufpassen. Ja, hier sieht man auch das Kölbchen. Wo sie das Futter mit haben. Futter für was? Proviant. Ah. Futter. Da haben wir ja noch nicht viel. Futter. Schatz, lass uns krill gehen. Ich pack mir ein bisschen Futter ein. Ach, da kommt noch einer dran. Ja. Hier nicht? Ach so. Ach so, das ist der. So. Ja. Wir können das auch gerne so. Ja, ich warte immer mal ein bisschen dazu. Ach so. So lange kommst. Kannst ja nur Stunden handeln. Tage, Wochen, Jahre. Jahrzehnte. Ja. Ne, der kommt da gar nicht drauf. Der kommt da drauf. Na, jetzt fehlt aber einiges, oder? Da fehlt nix. 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 Hallo. Hallo. Bonjour. Hallo. So, du hast spät sich die Woche, sagst du. Mhm. Ne, was du suchen konntest, ne? Das heißt, du fängst an wann und hast auf wann? Ja, aufhören, das ist immer so ne Sache. Wenn du fertig bist, ne? Ja, das ist, ähm, so wenn die Auftragslage nicht so groß ist, sondern sei im Fährabend. No. Das ist das Feuer, weißt du. Ist es denn momentan eine große... Ja. Ach ja, du brauchst das, was ich schon gewohrt habe. Ja, das seh ich jetzt auch. Habt ihr denn ne gute Auftragslage im Moment, oder eher weniger? Das kommt jetzt so langsam. Kommt jetzt so langsam. Mhm. Da kann aber nicht stimmen, ja. Wie soll denn das gehen? Ja, das machst du ja so schräg. Ja, ich versteck dir grad nicht durch. Ich kann's nur mal kurz übernehmen hier. Ach, so kommen die Flammen da dran. Jetzt hab ich's gesehen. Okay, ja. Die Flammen kommen von der Seite drauf. Das ist so. Ja, die kommen von der Seite drauf. Ja, die, 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 die. Ja. Nein. Der ist immer noch über. Kann ich nochmal sagen. Skandal. Wenn der mal nicht unter die Treppe kommt. Kann sein, ja. Alles gut. Noch kommen wir dran. Ja, machen wir offline. Nichts. Nix, ne. Das seh ja gar nicht an. Wie, nein. Nein, nein. Unsere Zuschauer wollen alles sehen. Die nackten Talze haben und die Skandale. Und das live in HD und Dolby, Surround, digital und so. Ja, mit dem Feuern ist das klar. Hey, jetzt mach doch mal vernünftig. Das ist die Maus. Die ist hier. Ja, aber kommt die hin? Da steht ja gar nicht. Doch, da ist es aber da. Kommt das Rottenloch dahinten. So, da ist noch das hier. Ich weiß nicht, wo die hinkommen. Die sind dann irgendwo reingesteckt. Keine Ahnung. Ja, die kommen, ähm. Warte, wo ist das Loch? Hier. Ja, wechsel doch mal beide da rein. Dann sind sie doch schon mal drin. Komm da rein. So. Lass mich mal gucken. Das mach ich noch mal kurz ab. Es ist ja kein Bahnbruch. Aber das kann ich mir auch nicht vorstellen, oder? Warte, warte, oder? Ich blätter ja schon. Ja, da ist das. Die Korinther. Also da unten drunter, oder? Nimm das mal ab. Das kannst du ja so nicht. Das war vielleicht nicht so gut. Oh, oh, oh. Ich will das. Wir machen das offline. Ich hab ja alles gut. Das war diese Geschichte. Ey, warte. Ich hab' das. Äh, du, 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 du. Ich hab' das. Ich hab' das. Ich hab' das. Ich hab' das. Und jetzt hier drauf. So? Ja, genau. Cool. Was mit den Wingen da? Was mit den Wingen da? Einen Dicken. Naja. Wo ist der jetzt weg? Hier unten irgendwo? Nee. Oder? Kann das sein? Nein. Wieso? Wieso? Wo ist der übrig? Warte. Ja, ich glaub' der war gerade noch irgendwo dran. Also das käme ja dann so da drauf. So, das ist ja alles kein Problem. Ja, und der ist hier. Ach, dann geht's ja noch. So, und der war? Mach' noch mal so. Ne, dann, 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 dann. Ne, der war hier oben. Ich seh' schon. Bitte, dann sehe ich das. So, was in der Art müsste das gewesen sein. Ja, da ist es doch. Passt doch. Nur andersrum. Außenkopf. Sehr gut. Ja, so manchmal ist mein Kopf doch zu verknütze. Tasten. Wolltest du machen? Ja. Ja. Mach' schon mal deine Assessanz. Was war's? Ist auch so dumm. Ja, das Feuer eben, was die Geringgeister dann sehen, ne? Und wo dann, wo du schimpfst und ausmacht. Wird das hier drauf gesetzt? Das wird dann irgendwo drauf gesetzt. Ja, lass uns das da drauf gesetzt. Was war das? Mach' auch immer weggekommen. Geh' immer auch immer weggekommen. Das gibt's nur noch. Ein bisschen Gestrüpp, ein bisschen Apfel. Ein bisschen Apfel. Ein bisschen Apfel. Ein bisschen Apfel. Hat Lügen sich gesagt, komm, wir bauen mal das Paradies an. Der hat ja Äpfel übergehabt. So. Schön. Ja. Das war das jetzt. Das war's auch schon. Wie gesagt, ein schönes und ein seltenes. Ja, hübsch ist es. Vor allem kompakt. Ich mach' so kompakte Sachen. Alles klar. Ja. Gut, dann tun wir uns mal wieder raus, damit wir uns abschieben können. Jetzt wollen die Leute jetzt sehen. Die Leute wollen Lego sehen nicht, oder? Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen, wie immer. Genau. Und Daumen hoch und liked uns. Macht irgendwas. Macht irgendwas mit dem Video. Verunstaltet es, klaut es, rahmt es ein. Dann hängt es euch an die Wand. Ist auch schön. Genau. Cool. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Jo. Bis dahin. Ciao. Tschö.